Servus Leute, ich war ein bisschen auf Streets unterwegs, für den Lightkeeper 50 PMC-Kills machen. Das hat ein bisschen gedauert, da gab es ein paar Raids, da war weniger los und dann gab es Raids, da war richtig was los. Und zwei davon habe ich mal rausgesucht, da war ich mit der MCX unterwegs und gab richtig PvP, hauptsächlich um die Polizei rum, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. War auf jeden Fall sehr unterhaltsam, schaut es euch an. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv.auzider, würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video, jetzt viel Spaß. Dann kaufst du immer teures Zeug für dein Preset, richtig nervig. So Junge, Audio ist überbewertet, ich weiß. Auch mit Altin, what the fuck. Er hat mir das Bein gebrochen, wie geht das denn? Beide mit Altin, beide taub wie ein Pfahl, ey. Jawohl. Ah, es war locker. Okay. Der hat hier ein Einschussloch, hier. Da hat er auch eins, aber der Helm ist noch komplett ganz. Interessant. Der hat sogar drei Einschusslöcher. Alter, man sieht er nicht mal dahinter. her... ... ... Vielen Dank. Ich wollte das auch wissen. Gut, dass die MCX so schnell nachlädt. Ich habe es draufgeklickt, Schimanski, mit dem Doppelklick. Doppelklick-Use habe ich an. Schön, dass ihr hier vorbeikommt. Macht mir einiges einfacher. Die Runde, ja, war recht erfolgreich. So, wo habe ich noch einen MC nachgeladen? Ja, ich weiß, Laszlo, aber in den meisten Fällen würde ich trotzdem die 6er Keramikplate besser saven als eine 5er. Gegen gute Amo. So, Leute, machen wir mal Hallo YouTube oder was? Komm, machen wir mal Hallo YouTube. Auf geht's, verewigt euch mal, macht Hallo YouTube im Chat. 5 Kills, schnelle Runde. Schnelle Runde in der Polizei. Ich war überrascht, dass da auf einmal zwei Typen mit RIS-T und Altin dastanden. Okay. Diesmal bin ich hier. Ja, genau. Action Spawn, ich saß da. Gimma, gimma. Netter Trick. Niemals das Gebäude aufgeben. Sound funktioniert? Hat ihn doch gut gehört. Tamecator. Danke, danke für die 200 Bits. Danke fürs Hello. Er hätte schon beim ersten Burst umfallen können. Aber ich glaube, der hat auch ganz gut getankt. Genauso wie ich. Ja, meine Frontexamplate hat alles getankt. Gutes Material. Ich glaube, der hat sich schon gejoinkt, so wie es aussieht. Hinten auf der Straße schießt er rum. Ich glaube, es hat einen Bernd mit. Schrei, bitte. Oh Gott. Ich glaube, es ist ein Ratsch. Den zweiten habe ich ja sauber verkackt, holy fuck. Oh boy, hat er die getroffen? Uh, guter Wurf von ihm. Aber, der war nicht so clever. Jetzt mach halt nicht so einen Aufstand hier. Hat ja mich gleich Spieler getötet, ne? Jo. Zappelt er sich hier einen weg. Naja, hier liegen einige Spieler. Hier liegen drei Tote noch oder so. What the fuck? Ist das ein Scaf? Ist das ein Scaf, ja. Ich sehe. Jo. Den muss man auch erst mal erspähen. MCX geht gut. Die Einschusslöcher, das waren vier Headshots. Pass, haben wir doch schon... 2 kills? Krasse, Nate. Hier, die zweite. Hier. Aber er ist halt davon ausge... Moment, auf wen schießt denn der? Der Typ hat einen Tracksuit. Uh, ciao. Danke, Scaf. Kann auch gut ein Scaf mit M700 gewesen sein. Na, was sagt ihr? Mach mal nochmal Hallo YouTube. Vielleicht mach mal aus den zwei Runden... Ein Video. Kann man doch schön zusammenschneiden. MCX in der Polizei. Macht mal Hallo YouTube. Monlan Solo. Verewigt euch. Genau. Spam wird besser. Monjörn. So, schöner Black Screen, was ist hier los? Jetzt hat, danke. MCX in der Polizei. Einen. Jo, fünf. Passt. Ja. Ist. chy. Weißt. Hier, ist er. Wenn ich mich' wah chip2غin, hoch. 墓at in der Polizei. Das war ich. Ich schaff's. Boa. Bis zum nächsten Mal.